ihr kennt das bestimmt kabel reinstecken kabel wieder rausziehen kabel zu kurz kabel zu lang wenn du auch keine lust mehr hast auf dieses kabel wirrwär zur realisierung deiner video aufnahmen dann ist das wahrscheinlich für dich hier die beste lösung live streams videoübertragung bis 4k in atemberaubender qualität zum bezahlbaren preis holliland mars 4k mit hdmi und sdi anschluss und das ganze das schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an und ich wünsche euch ganz viel spaß beim anschauen vorab natürlich holliland hat mir dieses videoübertragung system zugesandt meine meinung und aussagen bleiben aber ungeachtet dessen unbeeinflusst und ehrlich euch gegenüber wer genauer nachlesen möchte für den sind auch noch mal alle infos hier in meiner video beschreibung verlinkt und jetzt geht's los jetzt schauen wir uns mal an was in dieser verpackung enthalten ist als erstes fällt natürlich auf dass dieses system sehr stilvoll ansprechend und natürlich auch umweltfreundlich verpackt ist das einzige was ich an plastik verpackung entfernen musste war die schutzfolie vom karton und das schöne ist natürlich auch du kannst diese verpackung gleich als case für deine geräte weiterverwenden der karton ist echt total stabil die geräte sind nach dem öffnen auch wieder beim zurücklegen sicher und fest verstaut wir sehen die zwei geräte was gut ist hier ist der sender blau markiert und der empfänger rot so kannst du nie in der hektik des aufbaus etwas verwechseln weiterhin sehen wir natürlich hier die bedienungsanleitung auf englisch in der du erste informationen erhältst und natürlich auch gleichzeitig die app für android und eios herunterladen kannst das wird natürlich im zweiten teil sehr sehr wichtig denn es gibt zur app später im verlauf des videos mehr informationen weiterhin in der verpackung enthalten ein netzteil und das ist schade dass nur ein netzteil mitgeliefert wird denn zwei netzteile werden natürlich auch etwas besser so spart man sich manchmal die akkus in bestimmten bereichen aber es ist wie gesagt ein netzteil mitgeliefert was einen deutschen anschluss hat und gleichzeitig hier wie gesagt noch mal als netzteil fungiert des weiteren gibt es noch eine kleine schwarze kiste und die wollte ich euch natürlich auch nicht verheimlichen es ist nicht bei jedem hersteller so dass das natürlich mitgeliefert wird und das finde ich hier bei holly land sehr sehr besonders denn in dieser schwarzen kiste sind noch verschiedene accessoires drin die du immer wieder gut gebrauchen kannst zum einen ist das natürlich hier dann der kaltschuh mount hiermit schraubst du dein gerät auf die kamera rauf in dieser tüte befindet sich noch eine ersatzantenne und das ist positiv denn wenn dir mal einer antenne verloren geht beziehungsweise abbrechen sollte dann hast du hier immer noch ein ersatz des weiteren gibt es noch ein usb c auf usb adapter in dieser kleinen schwarzen kiste mit dazu kommen wir jetzt mal zu den technischen daten das drahtlose mars 4k videoübertragungssystem unterstützt 4k uhd videoübertragung mit 3840 mal 2160 pixeln mit 30 bildern die sekunde unterstützt wird das via hdmi wobei hier auch die formate 1080p und 720p kompatibel sind das mars 4k unterstützt dabei auch diverse bitraten via sdi mit 23,98 29,97 und 59,94 bildern und die ausgabe über den hdmi und sdi ausgang des empfängers der dual core codec chip des systems ist in der lage der datenraten von 8 bis 20 mbit zu erreichen wobei 12 mbit die standardeinstellung darstellt laut holliland bietet das mars 4k uhd eine loss reichweite von bis zu 150 metern und soll dabei nur eine latenzzeit von 0,06 sekunden aufweisen es ist vor korrosion und verschleiß geschützt und soll durch ein neu durchdachtes design eine optimierte betriebsfunktionalität für schnelle konfiguration garantieren dazu zählen dann etwa auch die montage frei angebrachte antennen im kugelstil zu den stromversorgungs optionen gehören gleichstrom über das netzteil wie gesagt schade man hätte auch zwei netzteile mit dazu liefern können es ist auf alle fälle im lieferumfang enthalten weiterhin möglich die sony npf akkus und usb c das mars 4k uhd ist mit transmitter 1 tx und dem receiver 1 rx verfügbar die geräte sind meiner meinung nach sehr stabil und professionell verbaut ohne wackel antenne oder andere teile die leicht abfallen können oder etwa schnell kaputt gehen du kannst die antennen natürlich bequem wechseln und der anschluss an deine kamera funktioniert auch total einfach und easy in meinem fall mit einem hdmi kabel mit dem sender verbinden das gerät einschalten und los geht's es gibt natürlich von holly land natürlich noch einen passenden monitor der mars m1 diesen kannst du als zubehör noch mal extra erwerben er ist ein all in one sender und empfänger sowie ein field monitor und laut holly land mit niedriger latenz diesen habe ich leider nicht bekommen darum zeige ich euch im späteren verlauf wie das ganze mit der app funktioniert und der empfänger der ist natürlich auch an einem ganz normalen monitor beziehungsweise einem atomos 5 beziehungsweise 5 plus zu verwenden wer sie wie nötig kann natürlich als erstes die app hier runterladen in der bedienungsanleitung ist der qr-code vorhanden einfach scannen und die app runterladen jetzt zeige ich euch mal wie man das ganze anschließt man braucht natürlich dann die app die hier sozusagen zur verfügung steht dann wiederum unsere beiden geräte sender und empfänger in meinem fall habe ich jetzt hier die sony a 74 als kamera und dann natürlich noch den atomos wie beziehungsweise atomos 5 rekorder um diesen dann hier am empfänger anzuschließen immer schön merken hier bei der aufschrift rot sender und blau ist empfänger das heißt praktisch der empfänger ist hier an dieser stelle richtig der sender ist ebenfalls an dieser stelle richtig wird dann natürlich über hdmi mit deiner kamera verbunden das heißt du steckst den hdmi in die kamera ein und gleichzeitig natürlich auch hier am hdmi anschluss direkt in dein gerät was natürlich auch total easy und einfach ist einfach direkt anschließen so dann geht es weiter natürlich musste den monitor auch noch mal anschließen dafür am empfänger den monitor mit hdmi verbinden alle geräte dann einschalten das ist natürlich relativ wichtig wenn sie akkus haben sollten sie dann auch funktionieren ich schalte den sender und natürlich auch den empfänger ein und gleichzeitig dann auch noch den atomos der wird jetzt ein bisschen laut werden ich hoffe das stört nicht beim mikrofon was ich hier wirklich hoch loben muss ist dass alles sich von allein einstellt sofern du die richtigen kabel eingesteckt hast und natürlich auch die richtigen verbindungen kurzzeitig hatte ich mal ein problemchen weil ich hier sozusagen den out in den in eingesteckt habe und das nicht gesehen habe aber jetzt funktioniert alles und ihr seht easy einfach und vernünftig jetzt müssen wir das ganze natürlich nur mit der app verbinden um hier auch noch mal konnektivität zu bekommen und da gehen wir hier einfach mal auf verbindung und sehen dass hier sozusagen erstmal die seriennummer des gerätes eingegeben werden muss und wenn du jetzt alle akkus dran hast an den verschiedenen geräten dann bist du natürlich ein bisschen frustig und sagst ja um gottes willen jetzt muss ich irgendwo noch die seriennummer suchen es ist aber auch total einfach gelöst denn holly land ist eine firma die mit denkt und hat natürlich auf dem karton hier direkt unten noch mal die seriennummer aufgedruckt so dass du einfach von deinem karton während des betriebes die seriennummer ablesen kannst und du sollst natürlich dann die sieben zeichen der seriennummer eingeben und da ist die erste seriennummer sehr interessant nachher der zweite teil der seriennummer nicht dass er euch da verhaspelt den musste nicht eingeben die seriennummer ist zweigeteilt und du musst den ersten teil der seriennummer eingeben das wollen wir jetzt mal kopfüber machen mal gucken ob es mir gelingt wenn du das gemacht hast einfach hier auf bestätigen drücken und dann möchte er sich mit dem wlan was gleichzeitig natürlich von diesen geräten ausgestrahlt wird verbinden es kann sein dass du dein wlan im gerät beziehungsweise in deinem iphone oder ipad noch mal suchen musst und das dann sozusagen über die einstellung verbinden muss denn sonst zeigt er dir dieser einstellungs anzeige dass die verbindung fehlgeschlagen ist und wir versuchen es noch mal es zu verbinden aber es wird wahrscheinlich genauso sein dass man dann wiederum erst mal in den einstellungen des telefons oder das ipads direkt dann das wlan suchen muss das mache ich jetzt mal kurz und du siehst nachdem du dann manuell deine wlan einstellung konfiguriert hast ist alles funktionstüchtig und du hast hier gleichzeitig natürlich noch einen vorschau monitor in dem du alles erkennen kannst ich habe jetzt mal mein kamera menü von der sony a 74 hier direkt auf dem monitor drauf gelassen damit man ja einfach noch ein paar mehr einstellungen sieht aber du siehst du kannst das bild auch noch mal per app optimal kontrollieren und überwachen das ist relativ einfach je größer dein gerät ist umso mehr siehst du natürlich du musst nicht direkt nur dann auf den monitor schauen beziehungsweise vom monitor aufzeichnen kannst auch noch mal sozusagen als zwischenstation hier die app benutzen auf einem technischen gerät und gleichzeitig auch noch mal deine aufnahmen überwachen viel mehr kann man mit dieser app nicht machen außer dass die sozusagen hier unten dann noch mal die einstellungen beinhaltet macht sich wahrscheinlich dann auch ein bisschen besser wenn man verschiedene einstellungen machen möchte zum beispiel wir geben jetzt mal verschiedene monitor einstellungen ein zum beispiel einen zebra oder gleichzeitig die falsch farben das sieht man immer ganz gut wenn man das hier sozusagen einstellt du hast hier echt schöne monitoren drauf auch noch mal 3d lats die du hier mit auf spielen kannst den fokus kannst du überwachen und gleichzeitig natürlich noch verschiedene einstellungen tätigen ja es ist übersichtlich es ist vernünftig und du hast sehr viele möglichkeiten dein bild hier noch mal extern über die app per zweitem monitor zu überwachen und das was ich mag ist das wirklich alles perfekt funktioniert du hast vielleicht zwei drei kleine stolper steine die du erstmal bewältigen muss in bezug auf das wlan system dass du es noch mal direkt einstellst in deinem gerät aber ansonsten schaltet sich der automatisch ein der schaltet sich automatisch ein die vermieden sich miteinander das geht dann rüber zum monitor von der kamera und kann natürlich auch noch eine ganze menge leistung bringen in verschiedenen auflösungen von hd bis zu 4k es ist wirklich eine wucht mir gefällt die ganze konstellation super sie ist einfach gemacht sie bringt dich nicht zum schwitzen bei live übertragung du kannst den aufbau ganz easy realisieren innerhalb von zehn minuten ist wirklich alles hier fertig aufgebaut und verfügbar und dafür gibt es von mir den dicken daumen nach oben du hast natürlich noch mehr funktionen in deinen übertragungsgeräten zum beispiel hier im menü unter einstellungen kannst du hier weitere einstellungen tätigen und deine geräte individuell für deinen einsatz einstellen jetzt wird es natürlich auch mal zeit für mein fazit hollyland hat hier ein sehr schönes robustes übertragungssystem gebaut und ich werde euch natürlich noch weitere videos von produktionen mit diesem system präsentieren da ich hier echt begeistert bin die reichweite von 150 metern erreicht man natürlich nur dann wenn keine weiteren störungen vorhanden sind bei dicken wänden verringert sich die reichweite natürlich dann auf 50 prozent das musst du mit einkalkulieren und bist du etwa bei konzerten oder open airs da kann die reichweite natürlich auch nicht in vollem umfang erreicht werden da hier echt zu viele störquellen wie sound und lichtfunk wlan etc den empfang wirklich stören können preis leistung hollyland hat hier ein bezahlbares gutes system entwickelt was man wirklich für produktion und natürlich auch ganz wichtig live streams in studios oder auch im mobilen sektor verwenden kann preislich liegt dieses system zwischen 830 und 750 euro je nach anbieter das war's fürs erste mit diesem video ich danke euch fürs anschauen wenn ihr erfahrungen mit diesem mars 4k von hollyland habt dann schreibt diese doch gern hier in meine video beschreibung ich sage danke fürs anschauen sehr gern bis zum nächsten video und damit tschüss bye bye und winke winke